Hi! Momentan lädt jeder seine Beauty-Favoriten 2014 hoch, was ich cool finde, denn ich mag solche Videos wirklich gerne gucken. Also Favoriten-Videos schaue ich total gern. Und ich dachte mir, ich mache YouTube um ein Favoriten-Video reicher und zeige euch heute meine Favoriten 2014. Es ist nicht sonderlich viel, aber noch ein paar coole Teile, die ich 2014 sehr, sehr geliebt habe und euch jetzt eben zeigen möchte. Okay, ich fange an mit einem Produkt, das für mich 2014 total toll war, so wie alle hier drin. Und zwar ist es das Studio Mac Fix, die Studio, die Mac Studio Fix Foundation in Puderform. Ja, das war jetzt total toll beschrieben. Das ist dieses hier, das ist einfach eine Puderfoundation. Ich habe sie hier in NC15, ich habe sie auch noch in NC20 für den Sommer, das ist jetzt hier NC15 für meine hellere Winterhaut. Und ich habe mir das geholt, weil ich einfach eine Foundation wollte. Also ich nehme schon keine Flüssig-Foundation, aber es dauert halt einfach, bis ich die eingearbeitet habe. Da muss ich immer noch in der T-Zone hier nachpudern. Und bei der hier muss ich das nicht tun, die Deckkraft ist hervorragend. Also ich wollte was, was A. schnell geht, B. super deckt, C. hält. Und diese drei Dinge erfüllt diese Foundation, absolut. Und wenn ich einfach echt mal Zeitdruck habe und möchte wirklich, dass mein Gesicht schnell perfekt aussieht, nehme ich dieses Zeug und das ist so toll. Also das war 2014 wirklich eines meiner liebsten Produkte und eines meiner besten Käufe, die ich getätigt habe. Dann habe ich eine Lidschan-Palette ganz, ganz oft benutzt und wahrscheinlich könnt ihr sie schon gar nicht mehr sehen. Das ist bestimmt in vielen Favoriten-Medios vertreten. Es ist die Too Faced Chocolate Bar Palette, das ist dieses gute Stück hier. Ich habe dazu auch ein Tutorial gedreht, wo ich die verwende. Ich verlinke euch das immer in die Infobox, weil ihr irgendwie Bock habt, das anzuschauen. Die Palette ist so schön. Ich wollte sie, ich habe mir die im Urlaub gekauft letztes Jahr und zuerst wollte ich sie nicht mitnehmen. Und ich glaube, das hätte mich ewig geärgert, wobei ich hätte nicht gewusst, dass ich verpasst habe. Also von dem her, wer weiß. Aber ich bin so froh, dass ich mir die mitgenommen habe. Und jedes Mal, wenn ich sie aufmache, bin ich vom Duft erstmal geflasht, weil die echt nach Schokolade kriecht. Und so sieht sie aus. Also ihr kennt es ja mit Sicherheit vielleicht schon, die enthaltenen Lidschanen. Und ich habe diese Palette 2014 so gerne benutzt. Also im Sommer habe ich ganz, ganz viel hier mit diesen tollen, ähm, mit diesen tollen, ist es hier doof irgendwie, mit diesen tollen Goldtönen Make-ups geschminkt. Und die ist einfach so schön. Also die Lidschatten sind ein Traum. Super pigmentiert, einfach zu verblenden. Diese Palette ist echt jeden Cent wert. Also ich kann euch die so, so, so sehr empfehlen, wenn ihr euch was Schönes holen wollt. Es gibt ja jetzt auch diese Semi-Sweet-Palette, die habe ich noch nicht. Aber ich denke, irgendwann wird die vielleicht auch bei mir einziehen. Ich weiß nicht, aber ich glaube schon. Aber hier, die Original ist einfach, oh, die Palette ist ein Traum. Dann habe ich benutzt, ähm, ganz, ganz gerne einen Highlighter. Das ist mein All-Time-Favorite-Lieblings-Highlighter und zwar von Lorac, der Perfectly-Lit-Spotlight-Primer. Und ja, es ist ein bisschen schwierig, jetzt an ihn ranzukommen. Ich weiß, das ist ein bisschen doof. Aber ich wollte ihn euch einfach zeigen, weil, ja, er gehörte einfach zu meinen Favoriten. Und das ist immer, glaube ich, mein Favoriten-Highlighter. Das ist der. Und er macht einfach ein so, so wahnsinnig natürliches Highlight. Ähm, ja, es ist, so sieht er aus. Und egal, wo man ihn aufträgt, also entweder hier oder auf dem Nasenrücken oder hier, eben an der Oberlippe hier in diesem Bogen, es sieht immer total natürlich aus. Es ist, dieser Highlighter ist ein Traum und mein All-Time-Favorite-Highlighter, da geht echt nichts drüber. Dann habe ich ein Produkt entdeckt, das meinen Lippenstift, meine Lippenstift-Nutzung revolutioniert hat. Und zwar von MAC, die Prep and Prime for Lips. Ich habe früher immer Lippenpflegestift aufgetragen unter dem Lippenstift, um das so ein bisschen zu pflegen. Und damit halt der Lippenstift leichter im Auftrag ist. Ähm, das hier ist ein Unterschied mit Tag und Nacht. Ist auch sehr lippenbalsam ähnlich irgendwie, sieht schon so aus. Ähm, aber ich möchte nie wieder ohne dieses Produkt sein. Ich weiß, es ist teuer, für was das man halt unter dem Lippenstift braucht. Und es nutzt sich leider auch relativ schnell ab, muss ich sagen. Aber auch hier finde ich, es ist einfach sein Geld wert. Gerade jetzt im Winter, ich habe sehr mit sprühenden Lippen zu kämpfen. Und, ähm, ich trage dann immer das drunter auf. Und das hilft auch wirklich bei so einem Problem. Und, ja, der Lippenstift hält länger. Es ist tatsächlich so. Und, ja, es ist einfach so viel angenehmer im Tragegefühl und im Auftrag. Also, ich bin so begeistert von dem Zeug hier. Das stand ewig lang auf meiner Wunschliste. Aber ich dachte mir eben auch, wenn man eher für das, was man vielleicht auch mit Lippenpflegestift erreichen kann, ist es mir zu teuer. Aber es ist besser als Lippenpflegestift, wirklich. Glaubt mir. Das ist, boah, ich bin so froh, dass ich mir das gekauft habe. Und das kaufe ich mir definitiv nach, wenn es mir ist. Und wo wir bei Lippenstift sind. Mein Lieblingslippenstift 2014 war Syrup von MAC. Der ist auch erst 2014 bei mir eingezogen. Ich habe eine Review dazu geschrieben. Verlinke ich euch auch in die Infobox. Ähm, sieht so aus. Ein sehr, sehr natürlicher Ton. Das Finish ist Lustscher. Und das hier ist er. Und die Farbe passt irgendwie zu allem. Also, das ist so ein richtiger Allrounder im Alltag. Super, super schön. Ähm, eher ein bisschen sheer. Also, man kann aber gut layern. Also, er ist einfach ein Traum. Und die Farbe ist so toll. Also, ich glaube, die geht mit allem. Was heißt, ich glaube, ich weiß. Die geht mit allem. Ich habe es selber getestet. Und da, der ist so schön. Dann habe ich mir ein Gloss gekauft von Essence. Essence gucke ich ganz, ganz selten. Aber das ist mir ins Auge gestochen. Und zwar der XXL Shine Lip Gloss in, was heißt das hier? Bright Side of Life. Und den habe ich ganz oft getragen im Sommer. Und die Farbe ist so schön. Es ist so ein Koralle-Pink-Ton mit Gold-Schimmer drin. Es sind so mini, mini-Gold-Partikelchen drin. Die aber jetzt nicht auf den Lippen. Hallo, hier Gold schreien. Nein, sehr dezent. Sehr, sehr schön. Im Swatch sieht man es ja schon eigentlich fast. Es gibt halt so ein Glow irgendwie. Also es ist ganz, ganz toll. Und halt auch super erschwinge ich dieses Gloss. Und eine unglaublich schöne Farbe. Ich habe das ganz oft mit meiner Chocolate Bar Palette kombiniert. Und was ich dann noch ganz, ganz gerne getragen habe. Und dann zeige ich euch vorher das. Von MAC, der Pro Longwear Paint Pot in Painterly. Habe ich sehr, sehr lange gewartet, bis ich mir den gekauft habe. Weil ich mal gehört habe, dass er wohl doch nicht so toll sein soll als Base. Und sich sehr schnell absetzt. Aber irgendwann konnte ich dann doch nicht mehr widerstehen. Ich war einfach zu neugierig. Und für mich ist das die perfekte Base. Es gleicht die Farbe auf den Lidern super aus. Das hat noch keine andere Base Primer irgendwann bei mir geschafft. Nein. Es gleicht super aus. Es montiert und es hält. Der Lidschatten hält. Der ist super easy drauf zu verblenden. Und es hält, hält, hält. Mir kann ich dazu einfach nicht sagen. Es ist so toll. Und auch hier wirklich jeden Cent wert. Ich habe den 2014 mir gekauft. Und dann war mein Ständiger Begleiter unter meinen Augen Make-up. Ich habe zwei Blushes hier drin liegen. Einmal Rockateur von Benefit. Hierzu habe ich auch mal eine Review gedreht. Verlinke ich euch auch. Also ich verlinke euch alles heute irgendwie. Und wahrscheinlich könnt ihr es schon immer sehen. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt das aktuellste Blush. Also das gibt es schon seit 2013. Da habe ich es mir auch gekauft. Und man muss hier ein bisschen mehr schichten. Das ist sehr, sehr dezent und schier. Aber so ein schöner Rosenholz-Ton mit so dezentem Schimmer. Und ich muss es euch nochmal zeigen. Wenn ihr genau hinguckt, man sieht, dass ich schon hier deutlich was raus habe. Also das benutze ich so gerne. Oder auch 2014. Ich habe es mir im Herbst 2013 gekauft. Und 2014 habe ich es so, so oft benutzt. Und hier habe ich es jetzt einmal geswatcht. So sieht es aus. Und diese Farbe funktioniert mit allem irgendwie. Also ich habe die zu so, so viel Make-up-Looks kombiniert. Wenn ich irgendwie nicht weiß, was nehme ich, kommt Rockateur zum Einsatz. Definitiv etwas, das sich bei mir sowas von bezahlt gemacht hat. Ich liebe, liebe dieses Blush. Und ein zweites Lieblingsblush, das ich habe, ist von Sonja Koschuk in der Farbe Sunset. Sonja Koschuk gibt es leider bei uns nicht. Falls ihr irgendwie in den USA oder fliegt, ihr kriegt das Zeug bei Target nur mal so. Also auch hier dachte ich mir, okay, es ist doof, wenn ich es euch zeige. Aber es war halt einfach ein Favorit. Und wie gesagt, vielleicht habt ihr ja auch irgendwie die Möglichkeit oder einer von euch anderen fliegt in Urlaub und kann sich das vielleicht angucken. Also ich habe es mir auch aus dem Urlaub mitgebracht. Das ist ein koralliger Ton mit ganz, ganz feinem Gold. Hier habe ich ihn euch geswatcht. Und der hier in Kombination mit dem Essence Gloss oder auch generell mit Peach-Tönen, Koralletönen auf den Lippen, macht sich super, super gut. Und diese Sonja Koschuk Blushes sind super pigmentiert und lassen sich total easy verblenden. Ich liebe es. Und zu guter Letzt habe ich noch einen Lidschatten, der ist von Chanel. Den habe ich mir im Frühjahr gekauft, da habe ich echt lange überlegt, weil es halt echt ein teueres Ding ist. Ja, aber das ist halt nur ein Lidschatten. Und ich klinge jetzt auch nicht auf. Moment. Ich will mit meinem Fingernagel abbrechen. Ah, man sollte ihn richtig rum öffnen, dann klingt das auch leichter. Und zwar ist die Farbe Safari. Auch hier verlinke ich euch eine Review in die Infobox. So sieht er aus. Und es ist so ein Taubton, der ein sehr neutraler Taubton, der, denke ich, wirklich jedem steht. Also mit dem kann man echt nichts falsch machen. Und hier habe ich auch schon deutlich was raus benutzt. Ich habe immer hier um dieses Logo rumgearbeitet, weil ich es einfach nicht zerstören möchte. Und so sieht er geswatcht aus. Also ein sehr natürlicher Taubton. Wunder, wunderschön. Funktioniert solo wahnsinnig gut. Einfach aufs Lid aufgetragen. In die Crease ein bisschen verblendet. Man braucht sonst nichts mehr. Also ich liebe ja solche Dinge, mit denen man ganz einfach, ganz schnell nach was ausschaut. Und das ist eines davon. Und den habe ich 2014 regelrecht nur benutzt. Was war das jetzt für eine Aussage? Ganz, ganz oft benutzt. Und ja, das waren meine Beauty-Favoriten 2014. Ich hoffe, ihr fandet das Video jetzt schön. Und freut euch über ein weiteres Favoriten-Video, das die YouTube-Welt jetzt besitzt. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Und habt noch einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss.